Im letzten Part haben wir mit den Leaven hier im dritten Gebiet angefangen und wollen damit auch gleich weitermachen. Und dann willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2, Drehschalter und tanzende Flächen. What? Also dass dieses Gebiet sehr intern die Bereicherung bereithält, das war mir schon immer klar. Was kommt jetzt für eine Waffe? Oh, das ist eine Waffe, mit der ich jetzt glaube ich nicht klarkommen werde. Oh, Alter, mit der ich sowas mal nicht klarkommen. Oh, shit, Alter. Ach, man kann ein Battle-Shooten, funktioniert auch. Ey, das funktioniert auch. Oh, Alter. Feuer. Ähm. Hat mir das noch ein paar Zeit? Ja. Komm, komm, komm. Oh ja, aber nicht. Nee, haben wir nicht geschafft, wir waren zu langsam. Wir waren einfach zu langsam. Es heißt aber so schön, you're too slow, Alter. Das geht mal gar nicht, let's fit hier. Was haben wir denn da? Oh, haben wir doch gleich was gefunden hier. Das ist kein Sequel, gut zu wissen. Aber ganz ehrlich, dass wir jetzt hier mit sowas spielen müssen, habe ich gar keinen Bock. Äh. Äh. Und. Äh. Wie kommen wir da hoch? Ach, genau. Wir müssen einfach mal drauf shooten hier. Man muss einfach mal mit Probis arbeiten hier. Yes, Alter. Dein Schild ist im Arsch. Dein Schild ist im Arsch. Der wird für immer im Arsch bleiben. Der wird nie wieder so bei mir früher. Und Feuer. Wow. Mega hops genommen. Da müssen wir auch hin. Ja, Moment. Ein Treff. Oh, das war böse. Das war wirklich böse. Ah, Alter. Das war jetzt sowas von überraschend, dass das Ding jetzt kommt. Ganz schnell, mal gucken. Ist da noch was? Nee. Jetzt gar nichts, Alter. Hätte ja was sein können. Äh. Oh, komm her. Oh. Das war gescheitert. Wow. Genau, haben wir rüber geschafft. Da. Wow. Rüber. Was? Zum Weg? Wir schaffen es. Alter. Das war jetzt wirklich. Oh, fein. Ähm. Okay. Genau, 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 genau. Und jetzt nochmal. Oh. Perfekt. Wir müssen uns hier einfach ein bisschen erstmal vortasten und gucken, wo alles ist hier. Ich meine, Secrets können überall lauern. An jeder Exploiting-Ecke. Genau, genau da auch. Moment. Ist da ein Secret? Nee, das sind nur die. Da ist kein Secret. Schade, wäre cool gewesen, wenn da was gewesen wäre. Aber da ist leider nix. Genau. Hier können wir auch kurz mal ausfahren. Ja, da bringt eh nix. Komm mal los. nochmal. Und rauch mit uns. Jetzt können wir uns mal auf den Weg machen. Alter. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt mal mich hochbewegen. Genau. Mach mal. Mach mal. Aha. Komm. Bleib mir hoch. Ach, komm. Und. Jetzt müsste es klappen, oder? Ja, jetzt müsste es klappen. Komm. Ja, moin. Wir kommen jetzt auch. Das würde jetzt eine andere Frage wären. Irgendwie muss man hier hochkommen, oder? Wenn ich das schaffe, dann nochmal. Moment. Da ist doch was. Da ist doch was. Da ist Boden. I've seen ground. So, ist nur die Frage. Ich habe eine Idee. Wenn ich das jetzt schaffe, dass wir ein Timing jetzt bekommen, könnte es klappen. Genau. Äh, ich hasse das mit der Kamera. Der fährt sich ja richtig. Oh, Junge. Genau. Mach mal. Und jetzt komm, komm, komm. Das schaffe, das schaffe, das schaffe. Ja. Secret. Secret. Und Zeit verschwendet. Secret und Zeit verschwendet. Eine äußerst gefährliche Kombination. Komm. Alter. Wenn es der noch lebt. Der muss auch einer leben. Ich sehe es doch. Ich kann mir vorstellen, dass da alle tot sind. Ich kann es ja noch einen erleben. Oder auch nicht. Sind doch alle down. Aber der ist auch noch da, der. Ähm. Ich lasse den da auch, oder? Wie ist es geplant? Ich komme auf den ja gar nicht hoch. Mir geht es ja auch ne ähm. Wie ist das genau vorgesehen? Ich komme ja nie hoch. Das ist ja irgendwie, dass das nötig gemacht wurde, oder? Ist ja irgendwas zum... Das ist das Problem, dass wir mit dem Siegbild wahrscheinlich jetzt verpasst. Wie kommen wir denn da rüber? Ey. Das ist doch Bullshit. Irgendwie muss man da rankommen. Die Frage ist, wie es gedacht ist. Keine Ahnung. Irgendwie kommst du. Kommst du hoch. Ich weiß noch nie wie. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Aua. Hallo. Meine Fresse. Ich glaube gar nichts. Hier. Ich will hier nur ein bisschen. Wieso geht das nicht? So. Ich bin geladen. Los. Komm her, Alter. Ey. Das Prinzip ist so bescheuert. Hier. Ich bin eigentlich nur da drauf. auf den, aber. Ich werde nur einmal auf dem da oben drauf sein, um dann hinzukommen. Okay. Ähm. Ja. Das ist so bescheuert hier. Okay. Okay. Gut. Wir haben nichts verpasst. Alles gut. Also ist das doch alles passend. Glücklicherweise. Ich habe schon gedacht, dass wir uns ein ganz großes Problem verfangen haben. Aber ey. Wir können weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Jetzt können wir zum Ziel gehen. Endgültig. Na dann. Let's go. Alter. Ich muss den da irgendwie erwischen. Oh. Oh Gott. Genau. Jetzt haben wir den erstmal überlistet. Na gut. Ich lange. Den haben wir jetzt sowas von nicht überlistet, Alter. Der ist ja sowas von hart triggered auf mich jetzt hier. Das merkt man. Der hat wirklich jetzt den maximalen Trigger-Modus an. Ja. Verdammt. Ich muss jetzt mal hochklettern. Oh. Komm. Genau. Oh. Und nochmal. Genau. Genau. Der wird nicht mehr lange aus, wenn der Schild. Komm. Na endlich. Geht an. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Endgültiger letzter Checkpoint. Alter. Jetzt die Frage, wird das jetzt bestehend sein? Ich weiß nicht, ob ich das bestehend soll. Ohne Witz. Oh mein Gott. Das war blöd. Lauf. 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 Ich könnte eh nix. everything. Lauf. 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 Ist. hab ich sowas von erwischt. Alter, hier bin ich. Hier bin ich. Wow, wie schnell der sich triggert fühlt. Ich weiß nicht, warum müssen wir da rankommen und dann haben wir eine Chance zum abhauen. Da ist was. Alter, komm her. Danke. Und gefunden. So, ElektroWare ist gesaved. 13 Minuten, halt die Fresse. Wie lange haben wir ihn hier verbracht? Nur wegen der Scheißwaffe. Er sagt nur an der Scheißwaffe, ich sag's euch. Na dann, können wir jetzt die nächste Mission machen. Erstmal labern, erstmal labern, was geht und dann geht's weiter. So. Next Level, Mission 14, let's go. Wir kommen und hauen ab. Ja, wir sollen jetzt hier mit der Sniper wieder arbeiten. Alles, warum ich nicht gerne arbeite. Okay, gut. Haben wir schon mal aufgeräumt. Dann können wir uns ja mal hocharbeiten. Oder? Na gut, nicht ganz. Haben wir. Ähm. Skeftig, Scheiße. Nee. Ach komm schon. Ich kann nicht sagen, dass die Kiste so unzerstörbar ist. Ich habe mich gewundert, dass die Kiste so was von unzerstörbar wäre. Nein, wirklich. Ich habe mich wirklich gewundert. Dann auch das hier. Dann durch. Dich. Dich. Auch noch Autos. Die Stache ist interessant. Die gefällt mir. Ich glaube, das war eine meiner Staches, die ich gehasst habe mal. Ich weiß ja eigentlich sogar, wo ich schon mal komplett eskaliert bin. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine war das. Irgendwann habe ich für diese Autostache ganz böse Erinnerungen. Weil ich mir das selber nicht umgehen konnte. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Danke. Wir sind wieder geredet. Uah. Oh, nein. Los. Ach du Scheiße. Diese Level sind manchmal wirklich brutal, as fuck. Okay, gut. Hallo. Alter. Ich geb dir nicht. Alter, es gibt's doch nicht. Ich eign mich nicht zum Sniper, ne? So wie ich mich gerade hier angestellt habe. Oh mein Gott. Das war lächerlich. So lächerlich ist fuck, alter. Was haben wir denn da? Moment. Das nehmen wir mit. Die Punkte nehme ich immer so gerne mit. Was hat's nichts hier? Eigentlich so gut wie nix. Wir können eigentlich weiterziehen. Der Tag der Elf ist schon wunderbar hier. Aber... Auch nicht komplett. Wir sind da hoch, alter. Und wie... Wird die... Moment. Könnte klappen. Ähm... Ach nein, war die Lesion des Weiß wieder. Ich gewischt den niemals. Ich hab mich jetzt... Welches Level das war? War das genau? Oh mein Gott. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er kann mich nicht gesehen haben. Ey, das ist... Ich könnte klappen. Moment. Das ist ja ne Treffer. Das wundert mich wirklich. Bin ich so weit weg von ihm? Ah, ich bin zu weit weg von ihm. Ich komm hier ran an ihn. Was ist denn das für ein Bullshit? Oh mein Gott. Na ausrüsten. Schnell, 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 schnell. Diesen Sniper, der geht mir jetzt auf die Eier. Der muss raus erstmal. Um den zu erleben, müsste ich ja an ihn erstmal rankommen. Ah, leck mich doch. Lauf, 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 lauf. Der kriegt mich doch. Der kriegt mich safe, Alter, wenn ich nicht aufpasse. Der ist durchgeschossen. Aber wir sind bald an ihm dran. Wir sind nur noch einen Katzensprung von seiner Position entfernt. So, wenn kann ich ihn erwischen. Und dann kann ich ihn töten. Dann kann ich ihn massakrieren. Jetzt darfst du mich gar nicht gesehen haben. Wie hast du das gesehen, Alter? Er kann mich gar nicht sehen, Alter. Bye, bye. Der hat der Schlüssel, ich weiß. Kann mir jetzt sagen, er ist mal aufgeräumt. Anscheinend. Anscheinend ist jetzt hier Ruhe. Hier ist kein Item. Ich würde sagen, gehen wir runter. Ich weiß, da war was. Danke. Kommt. Schwimm, 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 schwimm. Und hoch. Perfekt. Haben wir eigentlich gut gemeistert. Würde ich mal so behaupten. Aber wir haben immer noch keinen hier. Moment. Ich will mal gucken, was da oben ist. Wir müssen ihn abschießen, oder? Genau, wir mussten es. Moment. Jetzt irgendwo steht ein Schalter. Ich seh's doch. War klar. Komm schon, ich hab den getroffen. Ich hab mich gewonnen, wenn das hier zu golden hätte, Alter. Das war so getroffen, eigentlich. Snipen ist nicht meine Stärke hier. Nicht ins Bett tun. So. Raus mit dir. War klar. Jetzt, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommen sie alle. Der überlebt. Ja, das erinnert mich jetzt wieder. Das ist das dumme Parkhaus, ne? Moment. Wie kann man da ran? Ich glaube, das Auto, oder? Ja. Moment. Babababam. Und rüber. Ach, nur ein Coupon, Alter. Das ist ja lächerlich. Jetzt lächerlich. Ja. Würde Retroben in dem Falle sagen. Und. Treffer. Ich ärger. Okay, geladen und bereit. Erstmal umgucken. Und umschauen. Ihr müsst irgendwo die Gefahr lauern. Wow. Alter. Ich sag's doch. Alter. Ja. Die sind ja richtig verrückt geworden hier. Moment. Wo bist du? Kommst du her? Raus mit dir. Alter. Moment. Alter. Komm. Ja, endlich. Ich bin echt kein Schütze. Ich merke schon. Ich bin mir eher ein Shooter als ein Schütze. Ist irgendwo ein Scheiter, oder? Ja, da ist ein Scheiter. So. Dann wollen wir mal drücken. Was kommt raus? Ja, wir sollen jetzt hier so machen. Okay. Da kommen wir nicht hin. Gut. Weiß Bescheid. Was? Und wir haben manchmal eine Sequence gefunden. Ist doch egal. Wo bist du? Ja. Oh nein o nein. Oh nein oh nein nein. Wo ist die. auch so schlägt. Danke. Den habe ich erbischt. Ach meine Fresse. So, den habe ich erbischt, den habe ich erbischt, den habe ich so erbischt. Wenn man ihn erwischt. Da ist der Schlüssel, aber die Sequels haben wir noch nicht gefunden, oder? Wo sind die Sequels immer schon wieder? Ja gut, eins haben wir gefunden, aber die Schrift daran haben wir nicht gefunden. Ich weiß echt, wo die war. Die haben wir so sehr verpasst haben, ich schwöre es. Ja, wir haben ja mal den Part sehr schön groß zerschwendet unsere Zeit. So, Schlüsse haben wir. Wo müssen wir? Wir müssen da unten. Ich muss nur gucken, dass wir nicht abstürzen, weil das ist ja sowas von vorprogrammiert. Genau. Und los. Moment. Ist das ein Siegel gewesen, oder bin ich jetzt bescheuert? Nee, ich bin bescheuert. Einfach nur. Das wahrscheinlich. Was anderes kann es bei mir einfach nicht sein. Tatsächlich. Das ist halt so. So, dann wollen wir uns mal zum Ziel hier bewegen. Ähm. Okay, haben wir auch. Und da ist das Ziel. Und Feuer! Erstmal drauf geschossen, Alter. Was will ich für ein Brutalo? Okay, wo ist das Siegel? Wo ist es? Das Siegel ist so böse versteckt. Wir sind sowas von blöd vorbeigelatscht. Genau da. Meine Fresse. So blöd sind Sie jetzt echt versteckt hier. Manchmal glaubt man es echt nicht, oder? Und damit endet auch dieser Part. Im nächsten Part werden wir, die müssen wir mit den Octoling machen, die kommt ja immer als letztes und dann den Boss machen. Von daher könnt ihr mal in den Kommentaren eine Wertung da lassen. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin und natürlich Emerald Control. Bis zum nächsten Mal wieder.